Aber ich komm von da an, ne? Also von da vorne, von dieser... Ah! Filmst du, oder was der Fotos? Er hat doch gesagt, ich soll filmen. Hau ab, du. Mit dem Brotwässer. Ich muss gucken, wie ich das hinfüge. So, stell dich da jetzt hin und die Position bereiten, ne? Ich sag dich so leicht. Wolltest du nicht irgendwie mit Rauch machen oder so? Eigentlich ja. Dazu geh noch einen Schritt nach hinten. Wolltest du nicht mit Rauch machen? Das ist der Kias, der da liegt. Oh, Alter. Ja, dann lässt du jetzt mal... Aber das nehmen wir als Making-of. Ja, sie machen wir als Making-of. Warte, ich boh den Kran erstmal. Schau mal auf. Das ist mein Ex-Karnibur. So. Der Kran ist da aufgebaut. Guck dir jetzt die Kamera, die Box da liegt. Ja, aber ein Ritter hat Fälle in den Eikis. Ja, ein Ritter rennt doch nicht in den Kopf. Der Ritter geht... Der Ritter geht... Pass auf, dass du den Rasierer da nicht mit drauf hast, ne? Das ist mir. Drück, 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 drück. Der Ritter kriegt doch seine Heikischu. Alter. Nee. Hier oben haben die Glasscherben einbetoniert, dass sich die Tauben hier nicht draufsetzen. Berger schämt sich, weil da ganz viele Touris sind. Er ist gerade da oben und jetzt müssen wir warten. Und da ist er. Er muss da jetzt stehen. Wir können auch nicht weiterfilmen, weil Berger sich schämt. Sei froh, dass die da vorne nicht mehr sind. Ja. 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 Ja.